Willkommen zur letzten Folge für diese Woche von... Äh, Wild West, jetzt überfordere mich nicht. Süß hast du das gemacht, sehr süß, muss ich schon sagen. Wir sind immer noch... Max hat in der Zwischenzeit das Ufer des ausgetrockneten Flussbettes überquert. Und ich laufe gerade mit meinen neun Freunden... Es sind nur noch drei, weil gerade sich einer gedacht hat, so eine Kaktee ist ein ganz bequemes Bett, auf den Fels zu, der da so ist, was ziemlich dumm ist, weil ich Hunger habe. Egal. So eine Kaktee ist ja schon ein schöner Todesort. Ja, habe ich mein Pferd? Ja, irgendwo. Pferde, ich finde, Pferde sind was Tolles in Minecraft. Das war echt eine gute Erfindung. Ja. Das haben die Minecraft-Leute gut erfunden. Absolut. Damals, als es noch keine Pferde gab. Okay. In der echten Welt. Jawohl. Nur Einhörner. Was? Was sind Einhörner? Die haben ein Horn. Du meinst Männer? Todbringende Killermaschinen. Du meinst Männer? Ja, natürlich. Was denn sonst? Einhörner. Ja, früher hießen sie halt Einhörner. Kann ich auch nichts für. Ach so, bei den Nerndertaler noch. Damals, als es... ...noch wichtig war. Damals, als man Minecraft noch... ...dass dein Horn nicht abbricht. Als man Minecraft noch durchgehend im Game Mode 1 gespielt hat. Kennt ihr ja vielleicht aus, ähm... Nein. Game of Thrones. Die, wenn die da mit ihrer Lanze rumspielen... ...auf ihren Pferden, während sie reiten. Ne? Da muss man gucken, dass sie nicht abbricht. Echt? Oder im Hals stecken bleibt. Das ist auch immer... Ja, passiert manchmal. Ist aber... Ich mein, es gehört dazu. Wenn es nicht passieren würde, wäre es ja langweilig, oder nicht? Naja, wenn man eine frische Freundin hat... ...und dann erstickt die halt... ...oder verblutet, ist... ...schade. Ach, Quatsch. Es gehört dazu. Es gehört zum Leben. Ja, aber es ist schade. Ja. So, im Übrigen, äh, ja, habe ich, äh, äh, haben wir jetzt mittlerweile zwei, vier Aufgaben erfüllt schon. Wir sind einfach gut, Leute. Wir sind bei der 100. Folge und wir haben schon vier Challenges. Ja. Von 285. Ja. Na, 286? Nein. Okay. Ich bin immer noch an dieser schönen, wunderschönen Mine. Hm, ich sehe das. Die ist wirklich... Ja, schön. Das ist gar kein Ausdruck, ne? Ja, ich mach die ja noch schön. Das ist ja nur jetzt im Prinzip, damit wir kurz runter können, um Steine zu sammeln. Und ich hänge fest. Okay, cool. Ah, okay. Dann kommt doch mal mit. Okay, dann muss das hier noch ein bisschen größer. Ja, fein. Wo ist der andere? Dann baue ich direkt ein Haus hier raus. Wie nennen wir denn unsere Hunde? Äh, schreibt es doch mal in die Kommentare. Hallo. Revolver. John. Hallo. Und das ist Weg... Äh, Weggeh, äh, Ronny. So. Ach, du wirst einfach den Meister im Namen suchen. Ja. Finden. Das müssen halt Will West Namen sein. Und Weggeh, Ronny ist... Kennst du nicht den Weggeh, Ronny? Der ist immer weggegangen. Der Ronny. Was? Der ist weggegangen? Ach, jetzt kriege ich wieder Hunger. Äh, guck mal, ob Karotten schon fertig sind. Aber ich sag dir nicht, wo sie sind. Kannst du bitte auf den Fenster pfeifen? Ich hab einen Tinnitus. Ich pfeife nicht. Wo sollen denn, ähm... Ach, wir haben nur die Pilze, ne? Das ist natürlich doof. Welche Pilze brauchst du denn? Die braunen. Ja, die hab ich leider nicht. Mir leid. Das war mir klar. Ja, ich bin nicht so ein braunen Pilzer. Hast du... Du hast keine Klappe mehr. Wie du draußen bist? Ja. Ist einfach, ähm... Ich geh nur raus, wenn ich, äh... Ander sonst geh ich nicht mehr raus. Weil draußen... Einfach die Welt ist gefährlich. Ich hab... Ich hab einfach den Lebenssimulator auf meinem PC. Da brauch ich einfach nicht mehr rausgehen. Und ich würde dich jetzt bitten, äh... Zu beenden, was du beenden wolltest. Äh... Ja, und du isst hier wieder dein verrottetes Fleisch, ne? Ja, es gibt wenigstens Leben. Hallo. Boah, wenn ich dich jetzt einmal angreife, bin ich sofort tot. Gehst du bitte wieder runter in dein Zimmer, das ist meins. Nein. Ich hab das verrottete Fleisch nicht umsonst gegessen. Ach nee, jetzt... Jetzt stinkt's mir die Nacht wieder. Krrrr. Ach. Ich möchte bitte, dass du heute Nacht wieder unten schläfst. Nein. Geht's nun nicht weiter. Ich will mein eigenes... Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Wo ich hin will. Wer bin ich? Was tue ich? Oh Gott. Was bin ich? Ich hab den Filter an. Okay. So. Ach ja, ihr könnt ja... Hallo. Okay, Skype. Das tölt mich einfach. Okay. Sieh. So. Hey. Das ist aber jetzt gegen die Regeln. Was? Was tue ich? Ach so, ich holze Farm. Unsere gesamten Pferde sind weggerannt. Kann das sein? Ja. Oder wir haben sie einfach alle benutzt. Ja, benutzt haben wir sie richtig, aber nicht angeleitzt. Und dann stehen lassen. Ja. Brauchst du Holz? Nee. Ich geh jetzt Holz abfahren. Ach, hier ist noch ein Monkey. Den nehm ich mit. Ist ja nicht so, als ob wir hier ne riesige Holzfarm hätten. Naja, riesig und... Oh, da ist eins der Pferde. Wir müssen unbedingt ganz viele Pferde wiederkriegen. Ist das ein... Ja, das ist ein getamedes. Dann bringe ich den Monkey mal wieder zurück. Monkey meinst du? Nee, den Monkey. Ach du, wir haben auch schon Affen. Ja klar. Sind wir jetzt hier... Wie heißt der nochmal? So zah ja. Langstrumpf. Ich hab einen Affen. Und ich sing dieses Lied, weil es es gibt. Mein Gott, mir fällt kein Reim ein. Ja, was ich tue, ne? Was ich tue ist... Das hat gerade sogar zu meinem Lied gepasst. Ja, Profi halt. Was ich jetzt tue ist... Wir sind die ganze Zeit nach links geritten. Jetzt reite ich mal nach rechts. Oh. Weil das bringt auch ganz neue Gefühle. Das hier ist einfach mal die Mongo-Baum-Versammlung der Welt. Ich hab noch nie so komisch gewachsene Bäume hier in Minecraft gesehen. Die zusammen so ein Monster bilden. Merkwürdig. Hier ist noch Holz. Oh, it's a mountain. Du wolltest doch ein bisschen Gras haben. Hier ist also fast gar nichts, möchte ich sagen. Okay. Verstehe ich nicht. Hier ist auch eine Kuh. Und weißt du, was eine Kuh macht? Muuu. Nein. Bitch. Ja. Ich hab Hunger. Ich esse einen Apfel. Ähm. Hier ist Schnee auf dem Mountain ganz oben. Tonight. Wir sind hier oben mit dem Pferd zu Fuß. Ähm. Ich muss mir jetzt unbedingt mal ganz schnell eine neue Axt machen. Weil Axt sind Axtis. Aber ich hab keine Steine mehr. Axt, du Scheiße. Ist das groß. Okay. So, jetzt hab ich wieder Stein. I see not. Notch? I see nothing. Sie ist Notch? Ja. Okay. Sag ihm mal Hallo von mir. Nein. Warum denn nicht? Der kann nur holländisch. Dann sag ihm mal Holla von mir. Ja. Mach ich. Sonst, Herr Motta. Fick dich einfach. Ach. Schön. Endlich, dass du es mal erkennst. Ich erkenne das jeden Tag. Das weißt du doch. Oh. Max, wir reden nicht jeden Tag. Doch. Oh oh. Hier ist die Welt zu Ende. Mein Schade. 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 Schade, es tut mir so leid. Okay, wenn du das so siehst, können wir machen. Wo soll denn die Mine sein? Die muss doch irgendwie, entweder es gibt einen Anhaltspunkt oder die ist echt einfach irgendwo verbuddelt. Ich glaube eher das Zweite. Weil sonst wäre es doch viel zu easy. Ich meine, die Map ist ja für so Skilas ausgelegt. Boah, ich sollte das heute nie wieder sagen. Bitte. Die Map ist ja für so coole Leute wie uns ausgelegt. Ja. Und so Minecraft Pros. Einer der coolen Leute, also ein cooler Lloyd, hat gerade einen zweiten Wald, einen ganz kleinen Wald gefunden. Ja, aber wir wollen ja die Natur nicht schädigen. Deswegen haben wir unsere eigene Baumfarben gemacht. Weißt du? Ja, aber hast du denn auch Birke? Richtig. Nein. Ich könnte mir Birken-Setzlinge klauen. Die Frage ist nur, wo ist hier noch ein Baumstück? Oder Baumfett geht ja nicht weg. Ich hasse diese Mongo-Bäume bei Minecraft. Hey. Erstmal bitte auf hier Minderheiten zu beleidigen. Okay, das war es alles. Und jetzt muss ich diese Farm leider nochmal abreißen. Gerade eben gebaut, jetzt direkt wieder abreißen, weil es einfach... Der Platz hier ist falsch. Hier muss das... Mach ich jetzt mal was Sinniges und... Nee. Was? Du willst was Sinniges machen? Ich wollte jetzt gerade ein bisschen Holz farmen, aber... Nee. Ich baue hier eine Holzfarm und was macht ihr? Geht da ein Holzfarm. Ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Okay. Ich gucke mich halt jetzt ein bisschen in der Map um, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt, was man vielleicht... Ich verstehe das vollkommen. Okay. Dann sind wir uns ja einer Meinung, denn ich bin Cowboy. Revolver-Tot. Der Revolver-Tot. Revolver, weißt du? Das ist doppelt lustig. Nein. Schreibt mal HH in die Kommentare. Schreibt mal nichts in die Kommentare. Dir ist bewusst, dass die Leute das Video auch bei dir sehen könnten? Ja. Ach ja, du bist das ja eh gewöhnt. Ja. Au. Schreibt einfach nichts. Nein, tut es nichts. Verdammt, das ist gar nicht im... Doch, ich brauche das jetzt mega gar im Stil vom Ben Westen. Herzlich Willkommen im Wild... Wild West. Bist du schon müde? Nein, ich reite. Okay. Finde ich persönlich geil. Ich weiß. Äh, nee, das muss noch runter. Das hier muss noch hoch. So sieht ein Creeper aus. Schalalala. So, da sehe ich einen zweiten Fels mit Gold darin. Und das haue ich ab mit Shift. Ähm. Muss ich absteigen. Dann kann ich hier draufhauen und bekomme einen Stein. Ach, ein Stein. Nein, drei Steine. Ein Stein. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Ehrlich gesagt. Ja. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Und auf einmal waren wir gefangen in dieser Wüste. In dieser Wüste der Vergeltung. Die Wüste des wilden Westens. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Meine Westentasche glühte vor der Hitze der abendlichen Sonne. Die langsam... Nein, jetzt reicht es. Jetzt reicht es. Nein, Max. Die Sonne geht gerade wirklich unter. Es reicht, habe ich gesagt. Aber... Wieso... Was ist das? Weil es mir so leid tut. Weil du nur der Trostpreis bist. Stehst du? Nein. Ach, Pferd. Da lässt man nicht einmal drei Sekunden aus dem Auge. Ah, nee. Komm her. Wo bist du? Pferd. Pferd. Nein. Ach, da hinten. Bleib hier. Ach, da hinten war er ja. Genau. Kann ich mir eigentlich auch ein Pferd schlachten und kriege dann Sauerbraten? Ich glaube, das geht in der 1.8. Okay. Ist das da hinten schon die Stadt? Das kann ja gar nicht sein. Warum haben wir eigentlich nie Kohle? Because? I'm happy, clever. Ich habe die Stadt gefunden. Krass. Ich habe einen Ofen gemacht. Rashad, der hat den Erfolg heiße Angelegenheit erzielt und gehört somit dem Verbund der deutschen Männer an. Der Templer. Ich bin ein Templer-Retal. Kannst du bitte mal ganz kurz auf mein Pferd aufpassen? Danke. Nö. Du musst jetzt ein Stein platzieren. Max, achte mal bitte einmal kurz auf mein Pferd. Nö. Dein Pferd achtet auf sich selbst. Du bist so ein Arschloch, weißt du das? Ich habe festgekettet. Das würde ich doch machen. Ich platziere jetzt einfach einen Stein, damit ich glücklich bin. Was willst du denn mit Ziegeln? Ja. Ja, Freunde. Vielen Dank fürs Zugucken von dieser Folge. Wir sehen uns nächste Woche wieder in einer neuen Folge von Wild West. Zusammen mit Sergeant Mesh und Revolver Toad. Wie findet ihr die Map? Schreibt es mal in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Schlagt ein Texture-Pack vor für das nächste Mal. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.